Hallo ihr Lieben, hier bin ich wieder. Die letzten Wochen war bei mir einiges los. Es war eine interessante, eine spannende, eine aufregende Zeit. Und es ging vorbei wie im Flug. Aber es ist viel liegen geblieben. Und ja, ich wollte, ich will eigentlich schon die ganze Zeit ein Video hochladen und kam irgendwie einfach nicht dazu. Und jetzt ist es endlich soweit. Und dieses hier ist Teil 1 von 2 eines Videos, bei dem es um Cholesterin, Statine und LDL geht. Und um die unsinnigen Empfehlungen der Fachwelt. Heute beschäftige ich mich mit den Aussagen von Dr. Zoe Harkon, Autorin und Ernährungswissenschaftlerin aus Wales, die die gängigen Ernährungsempfehlungen der medizinischen Fachwelt immer wieder infrage stellt und widerlegt. Eine Aussage von Zoe. Ich ärgere mich über die gängigen Empfehlungen. Sie wurden nie nachgewiesen und es gibt bis heute keinen Beweis für ihre Richtigkeit. Man empfiehlt uns Lebensmittel zu essen, die mit wirklich nährstoffreicher Nahrung nichts zu tun haben. Und das, was gut für uns wäre, wird verteufelt. Niemand zerlegt wissenschaftliche Studien so gekommen in ihre Einzelteile wie Zoe Harkon. Und sie führt eine große Zahl davon Absurdungen. Und damit macht sie sich nicht nur Freunde, wie ihr euch vorstellen könnt. Es gibt viele hervorragende Videos mit Präsentationen von Zoe Harkon. Einige davon werde ich in der Beschreibung verlinken. Die sind natürlich alle auf Englisch mal wieder. Aber wer Englisch versteht, wird es eine Freude haben. Zoe hat eine Website und sie postet jeden Montag den neuesten Unsinn der sogenannten Fachwelt und die Gründe, warum es Unsinn ist. Und man muss aber, soweit ich weiß, einen Beitrag bezahlen, wenn man diese Dinge abonnieren möchte. Aber nach dem, was ich gehört habe, bis jetzt lohnt sich die Investition. Ich bin nicht Mitglied dort, aber ich habe meine Informationen, weil es gibt ja sehr viel bei YouTube und im Internet über sie. Und das ist alles kostenlos. Und da bekommt man schon sehr, sehr viele Informationen, die einem die Augen öffnen. Was man über Cholesterin wissen sollte, ist, dass kaum jemand sich vorstellt, wie wichtig Cholesterin für den menschlichen Körper ist. Und was hören wir stattdessen? Cholesterin-Werte sind zu hoch, die müssen gesenkt werden. Ohne Cholesterin wären wir tot. Es gäbe keine Zellen, keine Knochenstruktur, keine Muskeln, keine Hormone, keine Sexualität, keine Fortpflanzung, keine Verdauung, keine Gehirnfunktion, kein Erinnerungsvermögen, keine Nervenfunktion, keine Bewegung, kein menschliches Leben. Cholesterin ist so wichtig für den Körper, dass er es selbst produziert. Er kann sich nicht darauf verlassen, dass über die Nahrung schon genug herankommen wird. Die Unterscheidung zwischen gutem und schlechtem Cholesterin, HDL, LDL, gibt es nicht. Cholesterin ist Cholesterin. Die chemische Formel ist C27H46O. Es gibt keine gute und keine schlechte Version dieser Formel. HDL und LDL sind also weder gutes und schlechtes Cholesterin, noch sind sie überhaupt Cholesterin. HDL, High Density Lipoprotein, Lipoprotein, Fetteiweiß hoher Dichte. LDL, Low Density Lipoprotein, ist Lipoprotein bzw. Fetteiweiß niedriger Dichte. Fett und Cholesterin sind nicht wasserlöslich und brauchen deshalb für den Transport im Körper ein Hilfsmittel. Das Transportsystem sind Lipoproteine. Das sind sogenannte Cholesterin-Transport-Taxis. Also sie sind gar kein Cholesterin, sondern sie transportieren es nur. Und auch Triglyceride, Phospholipide und Eiweiß. Alle Lipoproteine transportieren alle diese Substanzen, nur eben in unterschiedlichen Proportionen. LDL ist das Transportsystem für frisches Cholesterin und HDL ist das Transportsystem für recyceltes Cholesterin. Und das ist der einzige Unterschied. Bei einer ärztlichen Untersuchung wird LDL gar nicht gemessen, sondern geschätzt. Aha. Und gemessen werden nur Gesamtcholesterin und HDL. Nähere Informationen über Berechnungsmethoden findet ihr im Internet. Da gehe ich nicht drauf ein, weil ich davon ausgehe, dass das nur die wenigsten interessieren dürfte. Statine behindern die körpereigene Cholesterinproduktion. Statine sind Cholesterinsenker, die millionenfach verschrieben werden weltweit und die für die Pharma-Riesen mit den größten Umsatz machen. Statine unterbinden fundamentale Körperfunktionen. Und sie haben nur in einem sehr begrenzten Bereich überhaupt einen Nutzen. Und dieser Bereich betrifft Männer über 50 mit Herzinfarkt vor Geschichte. Sie funktionieren aufgrund einer entzündungshemmenden Wirkung. Das Senken des Cholesterinspiegels ist eigentlich eine unerwünschte Nebenwirkung. Statine unterbinden die Fähigkeit des Körpers, das lebenswichtige Cholesterin herzustellen. Ich erinnere daran, dass der Körper Cholesterin so wichtig findet, dass er in der Lage ist, es selber herzustellen. Und wenn man ihn daran hindert, dann hindert man ihn daran, defekte Zellen zu reparieren. Und man hindert den Körper daran, gesund zu bleiben und zu leben. Einer von 500 Menschen hat es mit homozygote familiäre Hypercholesterinämie zu tun. Betroffene können Cholesterin nicht aus ihrem Körper ausleiten. Das ist wie bei Diabetikern vom Typ 1, die ihre Blutzuckerwerte nicht normalisieren können. Für solche Menschen sind Statine wahrscheinlich in Ordnung. Und alle anderen gehen mit der Senkung, mit der aktiven Senkung der Cholesterinwerte ein unkalkulierbares Risiko ein. Aussage von Ancel Keys, dem Vater der fettarmen Ernährungsempfehlungen. Cholesterin aus der Nahrung hat keinen Einfluss auf das Cholesterin im Blut und das wissen wir seit langer Zeit. Trotzdem hat er empfohlen, dass man sich fettarm und natürlich cholesterinarm ernähren soll. In den 50er Jahren führte er in Minnesota ein Hungerexperiment durch. Ziel war es, Cholesterin in Lebensmitteln mit den Cholesterinwerten im Blut in Verbindung zu bringen. Das Ergebnis war, es konnte keine Assoziation und noch viel weniger eine Kausalität nachgewiesen werden. Cholesterin gibt es nur in tierischen Lebensmitteln. Cholesterin aus der Nahrung hat keinen Einfluss auf Cholesterin im Blut. Und deshalb macht die Reduktion von tierischen Nahrungsmitteln keinen Sinn. Wie man früher die Empfehlung hatte, ein Ei pro Woche, weil zu viel Cholesterin und so. Es gibt viele Menschen, die ein Dutzend Eier am Tag essen und die sind genauso gesund oder viel gesünder als die, die das nicht tun. Fleisch, Innereien, Fischeier, Milchprodukte haben keinen Einfluss auf Cholesterinwerte im Blut. Cholesterin ist so wichtig, dass der Körper es selbst produziert. Ich sage es nochmal. Und man kann sich über viele Sorgen machen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass dein Körper versucht, dich umzubringen. Ja, ich werde noch etliches, das war jetzt kurz, der zweite Teil kommt noch. Da geht es dann um ein anderes Video. Aber es ist dasselbe Thema. Und ich werde noch ein paar Sachen verlinken in der Beschreibung. Und hoffe, dass es, dass das nächste Mal nicht, das nächste Video nicht wieder so lange auf sich warten lässt. Ja, vielen Dank fürs Interesse, fürs Zuhören und Zusehen. Ich wünsche euch einen schönen restlichen Sonntag. Eine gute Woche. Heute ist der erste Advent. Einen schönen ersten Advent. Und ich sage euch Tschüss und bis bald.